was geht was geht ab meine freunde hier ist wieder alpha kom zum start mit ein neues video wie ihr schon an meine stimme hört bin ich krank und mir geht es auch noch nicht so gut aber ich habe euch ja versprochen dass dieses video kommt wenn das online ist und ja es ist soweit discover world mein erstes handy spiel eigentlich 24 eigentlich schon mein zweites das erste habe ja meine daten verloren und musste das ganze so gesehen neu programmieren und jetzt habe ich aber ein neues game gemacht etwas mehr aufwand etwas mehr textur mäßig rein ihr könnt auf jeden fall das spiel downloaden ab sofort ist es verfügbar auf android handys ihr könnt gerne ein feedback abgeben ihr könnt gerne neue ideen reinschreiben und ihr könnt auch gerne feedback abgeben weiter teilen an eure freunde wenn euch das spiel gefallen hat und so weiter ich würde mir auf jeden fall auf ein feedback freuen ich würde mir auf jeden fall freuen wenn ihr mein spiel weiterempfehlt und es werden auf jeden fall einige updates noch kommen noch besser updates noch größere updates und noch viele kleine habe ich mit dieses spiel also es ist echt lohnenswert ihr kriegt so also so alle informationen auf diesem kanal also bleibt auch dran also wenn ihr wollt könnt ihr mir auch gerne abonnieren und ja dann würde ich sagen ich rede nicht so lange meine stimme soße schon wieder am arsch bis zum nächsten mal ciao und dankeschön dass ihr mein spiel probiert